Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid, ich wünsche euch einen wundervollen Abend und hoffe, es geht euch gut. Vielleicht geht es euch sogar noch besser, denn be strong, be rustless and be called as iron. Ein neuer Champion ist tatsächlich da, der uns erwartet und ja, man muss natürlich sagen, vor kurzem kam erst Terraphin raus und jetzt kommt direkt der neue Champion raus. Viele fragen sich da, äh, was soll das? Erstmal natürlich klar, zu einer neuen Season macht es grundsätzlich immer Sinn, noch ein bisschen mehr Hype aufzubauen. Ich persönlich finde es cool, außerdem ist es so, dass viele Teams bei Riot an unterschiedlichen Champions arbeiten, ja. Es gibt nicht ein Team, was immer an einem Champion arbeitet und wenn der fertig ist, wieder an einem, sondern es gibt Team A, die arbeiten an Klingonium, dann gibt es Team B, die arbeiten an Saturnium, dann gibt es Team C, die arbeiten an Rell, so heißt dieser Champion tatsächlich, und dann gibt es den, äh, das Team D, die haben wahrscheinlich grad Mittag und machen Pause, so. Naja, das heißt, es kann sein, wenn Team A und B gleichzeitig fertig werden mit ihrem Champion, dass die auch eher relativ gleichzeitig released werden, weil Riot ist das so, die sagen nicht, ja, nee, wir warten nicht, sondern sie sagen, Abfahrt, raus damit, alles was fertig ist, raus, 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 raus. Gut, dieser Champion wird, äh, ist tatsächlich erstmal sehr, sehr cool, denn es ist ein berittener Champion, ja, das heißt, sie hat ein Eisenpferd und dieses Eisenpferd ist tatsächlich Eisen, nur Eisen, es ist nicht, es ist kein Pferd, es ist eigentlich nur Eisen, also so ein Pferd aus Eisen, ja, also es lebt nicht. Es ist eine Rüstung, das ist ihre Rüstung und das Coole finde ich ja, so, solche berittenen Champions fehlen einfach in Liege, das hab ich schon mal gesagt, deswegen finde ich das schon mal ganz cool. Klar, es gibt sowas wie Sejuani, aber bei Sejuani spürt man das Mount nicht so richtig. Klar, du kannst dieses Headbutt machen, aber man hat nicht das Gefühl, man spielt einen berittenen Champion. Bei Klett, absolut, fühlt sich richtig cool an und genau das mal mit einem Pferd und einer Lanze. Denn dieser Champion hat eine freaking Lanze, wie geil ist das denn? Lanzen sind mega cool. Ich glaube, Lanzen sind nicht gut zum Kämpfen, wenn wir mal ehrlich. Gibt es wirklich damals Ritter, die mit einer Lanze gekämpft haben, also nicht in Turnieren, sondern wirklich auf dem Schlachtfeld? Ich meine, ich glaube ja, aber wenn du einmal drin bist im Kampf, kannst du doch nicht die ganze Zeit damit der Lanze, dann bist du ja komplett lost. Ja, gut. Ich meine, ich habe auch Total War gespielt, ich kenne das, ja, mit den Lanzen. Aber das ist halt ein Spiel. Gut, wir haben das, beziehungsweise ihr habt euch das ja gewünscht, wenn ich neue Champions angehe, dass ich nicht ständig stoppen soll, sondern wir gucken uns den Clip an und dann erkläre ich. Also, auf geht es. Rell. Das war es tatsächlich auch schon. Was passiert hier? Das, was passiert ist, dass sie erstmal Rell attacks very slowly. Das heißt, sie hat ein sehr, sehr langsames Attack-Speed, wahrscheinlich so ähnlich wie bei Jhin, sehr, sehr geringes Base-Attack-Speed. Attack-Speed zu bauen, wird nicht wirklich worth auf diesem Champion sein. Aber, ihre Auditecks klauen temporär einen Teil der Rüstung und Magieresistenz eines getroffenen Champions. Und wie man sehen kann, kann sie auch mehrere Ziele treffen. Ja, sie kann alle fünf Champions damit treffen. Der Effekt hält circa fünf, sechs, sieben Sekunden so in dem Dreh. Wahrscheinlich so sechs. Und das Verrückte hierbei ist, dass je mehr Rüstung und Magieresistenz sie klaut, sie zusätzlich Bonus-Damage anrichtet mit ihren Auditecks. Ja, beziehungsweise hier steht To-Deal-Bonus-Damage. Ja, man kann jetzt nicht genau sagen, ja, wie das Ganze skaliert, da haben wir leider noch keine Zahlen. Aber je mehr Rüstung sie klaut, umso mehr Bonus-Damage wird sie machen. Das, erstmal hier gesagt, ist natürlich katastrophales Champion-Design. Weil, ich meine, wir alle wissen, das Tank-Design, ne? Es macht keinen Sinn, jemanden Tank-Stil heißt, sie wird selber tanky, ja? Wenn sie fünf Champions angegriffen hat, ist sie ein Panzer auf dem Pferd. Einfach so ein Panzer oben drauf. Naja, und dann zusätzlich noch mehr Schaden zu machen, ist natürlich nicht so geil. Allerdings muss man sagen, bei Support-Champions war dieses Tank-Design bisher, glaube ich, noch nie so wild. Denn sie wird sehr wahrscheinlich ein Supporter sein, vielleicht aber auch ein Top-Lainer. Na, da muss man mal schauen. Aber, ja, lasst uns da jetzt noch nicht zu sehr drauf aufhalten. Gehen wir weiter in die Queue. Ja, das war's auch schon. Zack! Dieser Spell, und hier sehen wir auch die Lanze, ist ganz cool. Die baut sich so aus mehreren Teilen zusammen. Ja, das ist so eine Metall-Baulanze. Diese Queue ist ein, ja, Skillshot. Dieser trifft das erste Ziel mit voller Power und weitere Ziele dahinter mit geringeren Schaden. So ähnlich wie bei der Caitlyn-Q zum Beispiel. Das Interessante bei diesem Spell ist, dass er Schilde zerstört. Das heißt, wenn ein Shadow-Priester oder ein Priester aus WoW sich schildet, Schild ist weg. Wenn eine Jenner sich schildet, Schild ist weg. Wenn, äh, ein Skarner, ich weiß gar nicht, wer sich alle schilden kann. Wenn sich ein Skarner schildet, Schild, wer hätte es gedacht, bleibt. Nein, ist natürlich weg. Also, klar. Gut, das ist ganz cool. Diese Mechanik gibt es ja jetzt auch ein bisschen hier und da, wo du mal probiert. So richtig ausgereift war es noch nicht. Finde die Mechanik aber sehr gut, vor allem auf einem Support-Champion. Ich meine, hier macht es halt wirklich Sinn. Wenn du das auf Champions, auf der Top-Lane hast, na, mal hast du einen Supporter, der schildet, mal nicht. Aber auf der Bot-Lane hast du fast immer irgendwie eine Art von Schild. Sei es ein Iron Solari, sei es vielleicht ein Schild oder sonst irgendwas. Vielleicht auch eine Barrier mal. Eine Barrier ist ein Schild, Leute. Gut. Weiter noch kann... Da ist noch ein Zusatz zu der Queue. Ändert mich gleich dran. Wir gehen nämlich jetzt erstmal zu der E weiter. Die E. Die E ist so ähnlich wie bei Tarek. Sie verbindet sich mit einem Verbündeten. Beide bekommen zusätzliche Rüstung und Magieristenz. Das heißt, so ein Support-Bund. Und sie haben eine Linie zwischen. Und in dieser Linie können sie... Ja, hier halte ich an, aber hier passiert auch wirklich nichts Verrücktes. Ja, jetzt einfach mal ganz ehrlich, ne? Hier in dem Bereich um jeden Champion drumherum und dazwischen kann das ausgelöst werden. Und dann werden Ziele alle gestunt. Das war's schon. Ich denke, dass auch die Bindung danach weiter bestehen bleibt, weil zwar ist der Ring gerade weg, aber diese Splitter, diese Metallsplitter sind immer noch dazwischen. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus. Ja, ist jetzt nicht das Allercoolste, ist nicht das Allerkrasseste und jetzt denkt ihr, wow, was ist das schon wieder für'n Scheiß. Lasst uns mal an ZW angucken. Die ist nämlich wirklich cool, Leute. ZW. Auf geht's. Ich werde nichts sagen. Hier seht ihr schon komplett verrückt. Also, was passiert? Erstmal, ja, sie ist ein Transformer, beziehungsweise ihr Pferd ist ein freaking Transformer. Ich find's cool. Ne, passt auch schon irgendwie schon in League of Legends rein, so eine Metallpferdrüstung. Das kann man irgendwo mal finden bei irgendeinem Zauberer oder sowas, ne, in irgendeinem Dungeon. Ja, auf jeden Fall kann sie ihre Form wechseln, so ein bisschen wie Jace sagen wir mal ganz grob, ja. Das heißt, sie kann ihre Form wechseln, geht jetzt ohne auf die nicht aufgemountete Version, also zu Fuß und nockt erstmal, während sie das macht, Ziele hoch in den Bereich und rusht dahinter. Ne, das ist cool. Und jetzt ist sie am Boden und hat, wie hier geschrieben wird im Text, ein huge Schild. Und ich habe in einem Tooltip in einem Champion Release noch nie das Wort huge Schild gelesen. Die Wörter zusammen. Huge Schild. Das heißt, huge muss wirklich huge sein. Also, das Schild muss wirklich gewaltig sein. Riesig. Und das Interessante bei diesem Schild ist, es bleibt so lange, wie es bleibt. Ne. Alles bleibt so, wie es ist. Das Schild geht erst weg, wenn sie wieder ihre Form wechselt oder wenn das Schild kaputt ist. Es ist unendlich, wie bei Rakan quasi. Weiter noch ist sie unglaublich langsam zu Fuß. Ja, sie kann so lange zu Fuß bleiben, wie sie will. Ist allerdings ultra langsam. Ja. Und Katten-Movement-Speed-Cap. Das wissen wir nicht, aber wahrscheinlich so was wie 330 oder so, 340. Ne, ihr seht ja auch, wie unglaublich langsam und klanky sie ist. Und egal, wie viel Movement-Speed sie sich kauft, sie kann da nicht drüber hinaus, über das Movement-Speed. Finde ich cool. Jetzt würde ich ja natürlich sagen, ja, bei Tobi, boah, hey, bei Klett, wenn der abmountet, wird der auch langsam. Dieser Chamber, wenn er abmountet, wird auch langsam. Ist das nicht ein bisschen dehnenlos? Naja, also Leute, ne. Also es ist so, dass wenn man zu Fuß ist, man meistens langsamer ist. Wenn du keinen Bus hast, bist du langsam. Wenn du kein Auto hast, bist du langsam. Das ist normal, ne. Ich find's okay. Ich find's fein. Gut. Wenn sie ihren Spell eingesetzt hat, ja. Das heißt, zu Fuß ist, dann wandelt sich das W, Crashdown, into Mount-Up. Das heißt, sie kann das wahrscheinlich, hat das einen Cooldown, sie kann es nicht direkt wieder casten, gehe ich einfach mal davon aus. Aber, ja, wäre ein bisschen broken, weil sonst könnte sie die ganze Zeit die Knock-Up-Compilation hier starten. Auf jeden Fall bekommt sie dann den neuen Spell, und zwar Mount-Up. Und bei Mount-Up ist es so, dass wir den zweiten Teil haben, der hier, sie mountet auf, und das ist schon cool. Sie wandelt ihre Rüstung, ne, in ein Pferd um. Sieht schon sneaky aus. Und während sie das macht, also chargst sie auf den Gegner zu, und dieser wird über die Schulter geworfen, nach hinten. Ja. Während sie auch nach hinter das Ziel dashed. Und wir sehen, es ist benommen, oder es ist gestunnt. Steht hier was zu? Benommen oder gestunnt? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ne, hier steht nur Flip over the shoulder. Und in der Form ist sie natürlich logischerweise schneller. Na. Gut. Gaining a burst of movement speed. Also sie wird ein bisschen schneller. Das ist ganz cool. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Punkt zu der Q. Und zwar die Q haben wir hier noch, wenn sie ein verbündetes Ziel mit der E markiert hat. Ne, das ist wichtig. Mit diesem Metallsplitter Zeugs. Und dann mit der Q jemanden trifft, heilt sie den Verbündeten und sich selber. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Support Mechanic. Ne, das heißt, dadurch kann man ein bisschen Sustain mit reinbringen. Schild auf den Verbündeten. Der ist wahrscheinlich die ganze Zeit drauf. Also dieses E. Und dann immer mal wieder Q-Po-Q-Po-Q zum Heil. Könnte nett sein. Ist cool. Ne, Link-Chan. Jetzt kommen wir zur Ultimate. Die ist nicht so ultra spektakulär. Sieht aber schon hat... Ist was Neues, Leute. Ihr könnt euch nicht beschweren. Also ultra spektakulär ist es wie gesagt nicht. Aber, ja, sie zieht Ziele so wie so ein bisschen Oriana-mäßig zu sich hin. Und jetzt zieht sie Ziele. Es ist ein Magnetfeld hinter sich her. Ja. Sie kann quasi die Ziele um sich herum bewegen. Hierbei ist ganz wichtig, während die Ziele gezogen werden, werden sie nicht unterbrochen. Wenn ihr also Katharina seid und euch dreht, dann dreht ihr euch weiter. Wenn ihr auto-taggt, dann auto-taggt ihr weiter. Wenn ihr, keine Ahnung, irgendwie eine Pizza gerade zubereitet, dann bereitet ihr die weiter zu. Das ist ganz wichtig. Da wird nichts unterbrochen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Man kann also, während man gezogen wird, die ganze Zeit auch mit Master Yi weiter metzeln, 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 metzeln. Diese Mechanik, ja, muss man mal gucken, klingt theoretisch erstmal interessant. Lasst uns mal überlegen. Ich habe noch gar nicht überlegt, was wir hier mit dem Champion machen können. Grundsätzlich erstmal auf der Support-Board-Line. Klar. Wir verbinden uns mit den Verbündeten. Ich kann Q'en. Damit kann ich Damage machen. Ich kann noch ein bisschen poken und kann mich schillen. Ich kann zwischendurch, wenn jemand low ist, tatsächlich meine Form wechseln und engage. Und damit habe ich einen guten Engage, der aber sehr dodgebar ist und viel Zeit braucht. Hat aber auch einen großen Bereich tatsächlich. Batz. In der Nahkampfform muss man natürlich sagen, ist die jetzt sehr langsam. Das heißt, hier haben wir das Problem, wenn du einmal dafür committest. Ich gehe mal davon aus, dass es schon einen gewissen Cooldown hat. Und ich gehe auch mal davon aus, dass sie keine Mana-Kosten hat. Gehe ich einfach mal davon aus. Dann, naja, dann bist du erstmal committed auf mega lowes Movement Speed. Wenn du einmal drin bist, bist du drin, Leute. Und auch wenn das für manche Situationen so ist. In dieser Situation ist es so, dass du dann wahrscheinlich nicht rauskommst. Weil du einfach todesultralangsam bist. Außer du kannst wieder zu deiner Form wechseln. Dann kriegst du ja wieder Burst of Movement Speed und kannst damit vielleicht weg. Und hier kann man sagen, man weiß halt nicht ganz, ob es ein Point-and-Click-Zauber ist. Oder ob man das vielleicht auch einfach benutzen kann als Mobility-Spell. Zum Escapen. Diesen Dash, dieses bonus Movement Speed, was du bekommst. Auch vielleicht hier. Ich gehe mal davon aus, das hier wird auf jeden Fall ein Skillshot sein. Du kannst es irgendwo hinzaubern. Und möglicherweise kann man damit sogar über Wände springen. Ich würde mir das vorstellen, dass das geht. Also ich würde es nicht ausschließen, sagen wir es mal so. Bei dem Spell sieht es schon ein bisschen Point-and-Click-mäßig aus. Könnte tatsächlich sein. Weil sie wirft ja auch ein Ziel über die Schulter. Was macht sie denn, wenn da kein Ziel ist? Das wird wahrscheinlich Point-and-Click sein. Man kann damit also nicht so gut escapen. Das ist eine gute Schwachstelle von dem Champion. Dass du rauskommst, ist schwierig, Leute. Ist ein schwieriges Thema. Gut. Was könnte man mit der Ultimate machen? Hmm. Beziehungsweise, vielleicht nochmal kurz hierüber gesprochen. Und wenn du auf dem Boden bist, bist du natürlich unglaublich langsam. Du kannst immer noch die Gegner denen die Rüstung wegnehmen. Da müssen wir auch mal drüber wegnehmen. Die Rüstung wegnehmen. Das natürlich, stellt euch vor. Dieser Champion plus Draven. Plus einen sehr aggressiven Champion, der super viel AD oder Magic-Damage macht. Du nimmst ja beides weg. Oder vielleicht Hybrid-Damage. Dann wäre es noch krasser. Und du nimmst einfach die Rüstung des Gegners weg. Wenn da so eine Draven-Q ankommt, Leben ist vorbei. Einmal Leben vorbei, bitte. Zack. Leben ist weg. Das könnte natürlich super hart böllern. Ich denke auch, dass der Champion sehr aggressiv gespielt werden kann. Völlig ist eine coole Idee. Hat aber nicht so viel Schaden, wie ich finde. Also klar, dieses W ist halt, kann sie relativ, ne, kostet wahrscheinlich nichts. Aber dafür kommittest du dich halt. Du hast also auf der Lane erstmal nur die Q. Nur die Q. Magnetfeld. Magnetfeld, hm, was kann man damit machen? Also potenziell wird es ja wahrscheinlich so sein, du wirst auf den Gegner einengagen. Entweder in der Nahkampfform. Oder halt, indem du zum Beispiel mit dem Pferd aufmountest in den Gegner rein. Und dann, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass man es auch so macht. Muss mal gucken, ne. Du bleibst abgemountet. Und dann machst du die W, Point and Click auf den Gegner drauf. Rennst auf ihn zu, stunts ihn. Und dann machst du das Magnetfeld an und ziehst ihn mit dir mit. Die Frage ist, ob man aus dem Feld vielleicht so ein bisschen entgegenlaufen kann. Oder ob man wirklich komplett gezwungen ist, gezogen wird. Vielleicht kann man so ein bisschen entgegenlaufen, wie das meistens so in einem Windkanal oder sowas zu spielen ist. Aber das werden wir dann rausfinden. Die Ultimate sieht jetzt nicht zu heftig aus. Aber stellt euch vor, ihr engaged in 5 Leute mit das Ding. Oder sagen wir 3, sagen wir 10. Nein, sagen wir so 3, 4 Leute. Da macht ihr die Ultimate an. Und hier ist natürlich der Vorteil, ihr seid erstmal unglaublich tanky. Weil ihr ja ein huge Schild bekommt. Das heißt, ihr könnt erstmal ein bisschen überleben. Ihr habt am besten noch vielleicht so ein Sunfire-Item. Vielleicht, keine Ahnung. Möglicherweise, ihr seid ein Supporter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann zieht ihr die schön zusammen. Und wenn ihr dann noch eine Amumu-Ultimate oder irgendein Follow-Up habt, der da richtig reinbrutzelt. Könnte cool sein. Damit könnt ihr auch Gegner potenziell in euren Turm reinziehen. Ist auch eine mega coole Idee. Okay, also sieht jetzt nicht giga heftig spektakulär aus. Aber kann man bestimmt nette Sachen mit machen. Gerade AOE-Champs lieben es. Sie werden es lieben, diesen Champion. Er geht rein, zieht alle zu sich. Ich denke, man kann aber auch rausdashen. Also man wird schon Möglichkeiten haben, rauszukommen. Aber man wird nicht einfach rauslaufen können. Hast du einen Spell? Ja. Hast du keinen Spell? Nö. Gut. Das ist der Champion. Ihr könnt mir sehr gerne sagen, was ich übersehen habe. So, Tobi. Hey, Tobi. Hast du schon dran gedacht, dass man Glacial Augmentierung mit der Königsverzauberung und der glänzenden Eichs des gegleißenen Königs? Äh. Hast du da gar nicht dran gedacht? Naja. Oder vielleicht irgendwelche Kombinationen, wo ihr denkt, yo, das könnte krass sein. Das Item könnte gut sein. Diese Champion-Kombination könnte gut sein. Oder was auch immer. Auch generell, wie ihr den Champion findet, sagt mir doch gerne Bescheid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Auf Wiedersehen und Tschüss. Auf Wiedersehen und Tschüss.